Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Riegelfreitag. Ich habe heute noch eine kurze Sache vor dem Intro und vor dem Karaoke, weil ich ja gesagt habe, heute im Riegelfreitag gibt es Karaoke. Das weiter geht zwar, aber wir haben das bleiben lassen, wegen dem vielen Regen zuvor. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich jetzt noch habe. Mir wurde, von meinen Kontakten hat mir jemand, oder von den Zuschauern hat mir jemand so ein Formular geschickt von der Tierschutzpartei. Und ich habe es geschafft, am Dienstag gehe ich wohin, wo man mir da weiterhilft, Wechsel-I-Bahn nennt sich das. Und dann werden wir das ausfüllen und hoffentlich klappt es dann bald einmal und dann bin ich in der Tierschutzpartei. Aber wenn es soweit ist, gebe ich es dann auch bekannt. Es ist also noch nicht spruchreif, aber ich werde gucken, dass ich da reinkomme, weil ich habe mich da auch schon darüber informiert, was die machen und ich bin überzeugt davon und ich werde da reingehen irgendwie. Und jetzt kommen wir zum Intro und dann zum Karaoke. Was wichtig ist, ist nicht, was man so nennt. Nicht, was man so nennt. Nicht, was man so nennt. Und wenn man so nennt. Ich kenn die Regeln, ich beherrsch' das Spiel, doch all das Wissen nützt nicht viel. Was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Was wichtig ist, das ist nicht, was du hast. Nicht, was du hast. Nicht, ob dein Leben anderen Leuten passt. Nicht, ob dein Leben anderen Leuten passt. Ich bin vor keinem Traum zurückgescheut, doch hab ich auch nichts bereut. Was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Ich wollte mehr, was es auch war. Kein Stern war zu fern für mich. Jetzt steh ich da, fühle ganz klar, all das ist nichts wert ohne dich. Ich dachte, es wär wichtig, frei zu sein. Ich dachte, dass ich glücklich bin, allein. Und auch kommt mir, seitdem ich dich verlor, mein Leben wie ein Irrtum vor. Was wirklich wichtig ist, weiß ich erst heut. Ich gehe mit euch. Was wichtig ist, begreift man oft zu spät. Weil man es nicht mit dem Verstand versteht. Ich weiß nicht, ob ich dich zurückgewinne. Ich weiß nur ganz tief in mir drin, was immer ich aufdenke oder tue. Was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Das bist du. Ich weiß nicht, ob ich dich zurückgewinne. Ich weiß nicht, ob ich dich zurückgewinne. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Ihr könnt mir meine Social-Media-Samen folgen. Stehen hier im Bild und in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch das Video, wo ich das Lied gefunden habe. Und meinen Zweitkanal in der Videobeschreibung. Und wo mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Ansonsten den ein oder anderen Kommentar. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Freitag. Habe die Ehre. Wir sehen uns morgen zu Max Grüß. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt bitte. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank.